So, jetzt muss ich erstmal die Koalition wieder auffüllen lassen, weil es ja total behindert ist. Das ist ja immer so schnell, das ist ja, er läuft drei Schritte, oh ne Scheiß, drei Schritte und er ist am Arsch. Das kann nicht sein. What the fuck, man, du scheiß Bastard. Hau ab, man, nein, ich laufe in die falsche Richtung, oh man. Und damit herzlich willkommen zurück bei Syndrome. Wir haben ja in der letzten Folge hier den guten Rotäugingen platt gemacht, supergeil. Erlangen Jimmys Positionen, okay Deck 4. So, also langsam könnte das Spiel dann auch zum Ende kommen. Ich habe keinen Bock mehr auf das Deck 4. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Computerkern 4. Äh, da komme ich ja da hinten gar nicht entlang. Aber hier ist doch mit Sicherheit jetzt der Metzger oder sowas. Irgend so eine Scheiße. Boah, die Droiden. Die tun mir immer noch nichts. Ich habe jetzt gedacht, jetzt drehen sie hier vollkommen durch, aber nichts da. Obwohl sie hier ja auch schon gewütet haben. Aber anscheinend... Ah, die Ausdauer immer, es regt mich so auf, ne? Ehrlich. Okay. Was ist jetzt hier? Was, was ist das, was da schwebt? Da macht irgendwas ein Licht, aber ich bin mir nicht sicher, was es ist. Ging die Lampe schon immer hier runter? Ich glaube nicht. Alter, was geht denn hier ab? Nein, der Unsichtbare ist da. Shit. Der Unsichtbare Spinner ist da. Äh, ich weiß nicht, ob ich den erledigt bekomme. Ich versuche jetzt erst mal, an ihm vorbeizukommen. Ganz vorsichtig. Okay. Die analysierten Daten sollte bereit sein auf der Datenkonsole. Untersuche die analysierten Daten. Wo denn? Im Sicherheitsbüro? In der Sensorstation? Mh. Büro des technischen Leiters? Keine Ahnung. Ich meine, da hinten sind ja eh alle, alle Räume. Da könnte ich ja nun gucken. Oder kann ich hier noch irgendwas machen? Warte mal, hier hinten. Ich kann nicht ja hier noch etwas tun. Bevor ich jetzt, äh, wieder planlos durch die Gegend rumlaufe. Erregung, Sicherheit, Lebenshilfe. Ne, hier kann ich nichts machen. Ah, Daten analysieren. Keine Daten zum analysieren. Analysiere die extrahierten Daten in der Sensorstation, Deck 4. Sensorstation? Ja. Wusste ich es doch. Okay. Gut. Dann muss ich an dem Spinner hier hinten vorbei. Und ich würde gerne vorher speichern. Aber es geht nicht. So, der Typ steht da hinten. Kein Grund zur Panik. Als ob er mich hier einfach nicht sieht. Und ich weiß noch, in einer Folge habe ich ihn abgeknallt. Also er kann eigentlich gar nicht mehr da stehen. Aber ist mir egal. So, ich muss zur Sensorstation. Dann gehe ich einfach hier entlang. Nehme ich den weiteren Weg, aber muss ich nicht nochmal dem Typen vorbei. Da laufe ich lieber drei Schritte länger. Oh so, und die Taschendampe geht jetzt gleich aus. Benutzen. Es geht nicht. Ich muss erst warten, bis die aus ist. Oh Gott, diese Ausdauer. Die Ausdauer ist wirklich grauenvoll. Ehrlich. Das ist, äh. So. So, ich habe die doch benutzt. Was zur Hölle? Achso, jetzt. Habe ich jetzt zwei benutzt? Ah, ich weiß es nicht. Egal. Kommen auch so klar. So, ich speichere mal eben. Sagt mal eben dem Druiden guten Tag. Hallo Druid. So. Er hat auch irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass er mich angreift. Aber dem war nicht so. Ich muss eher an ihm vorbei. Ich weiß noch, hier hat mich das erste Mal so ein Vieh angegriffen. Das war krass. Mal eben gucken, ob es hier irgendwas Gutes gibt. Nein. Im Sensorenraum, ja. Aber... Wie, wo, was zur Hölle? Ah, hier hinten. Wie, wo, was zur Hölle ist, ist, dass er sich nicht in den Leiters durchzieht. Ein hartes Reset wird wahrscheinlich den Trick machen. Wie, wo, was zur Hölle ist, ist, dass er sich nicht in den Leiters durchzieht. Mein Gott ey Dass sie einen dann immer so unnötig Wege hin und her schicken Das ist so Können da auch dann mal Ein bisschen voran machen Mann So Er tutscht hier wieder irgendwas vorbei oder sowas So Bin ich hier im Prozesschen den Leiters Ja Das ist so Bescheuert ne Nur wegen so nem Scheiß Muss ich jetzt hier hin und jetzt muss ich wieder zurück Das ist so krank ey What the fuck man Okay hier läuft irgendwas rum Bin mir nicht so ganz sicher was Ja Als ob jetzt hier alles verseucht ist Ne Oh nein ich hab nen Schuss verschwendet Ja genau hier ist auch noch einer drin So Jetzt muss aber mal wieder gut sein Er gelange Was ist denn hier überhaupt entlang So krasse Wege die ich gar nicht kenne Und ist hier noch irgendwas Nein Okay ich muss wieder zurück Ich muss zum Aufzug Der Aufzug ist die Nummer 6 Ja genau Ja genau Komm ich ja da einfach nicht entlang Shit Taschenlampe ist auch schon ja fast leer Aber die kann ich mal eben ausmachen Oh Gott Das war nur der Druid ey Okay hier ist nichts Hier ist auch nichts Ich warte ja immer noch wirklich auf den Moment Dass irgendwas im Aufzug dann steht Moment Deck 1 Da war doch der unsichtbare Freak Freaks So jetzt muss ich zum Ich hab irgendwie so das Gefühl Dass nochmal Der Metzger oder sowas kommt Den ich ja gar keinen Bock habe So wenn ich Wenn ich jetzt hier entlang gehe Dann verirre ich mich wieder Ist nicht gut Obwohl ne Es geht Ich hab den Weg doch einigermaßen gut gefunden Das ist dann immer nur der Rückweg Den ich nicht raffe Aber das soll uns jetzt nicht stören Was zur Hölle Ein Rotauge Okay er hat aber gerade nicht geschossen Das ist gut Ich hatte jetzt keine Lust Die Waffen nochmal zu wechseln Nur wegen Dem Aufzug So und jetzt muss ich Wohin Ich hab's mir nicht gemerkt Dockstation oder sowas Ich hab's gerade nicht nachgucken Ich muss Gelangen durch den Undock Zugang zum zweiten Schiff Locking Station Acht Okay der Droid bleibt noch ruhig Moment zumindest Ich speichere nochmal eben schnell So Kann ich auch hier entlang gehen Ist egal Nein Der Metzger ist da Ah shit Hab ich's nicht eben noch gesagt Das einzige was mir jetzt noch Was mir jetzt noch nerven könnte Wäre der Metzger Natürlich ist er da Oh man Okay Krieg ich den erledigt Kann ich den abknallen Ich glaube schon Ich glaube schon Das wäre geil Ich hab noch einmal Pistolenmuition am Start So wir rennen nochmal hin Natürlich würde ich ihn gerne ablenken Irgendwie aber What the fuck man Du scheiß Bastard Hau ab man Nein Ich laufe in den falschen Oh man Oh man Oh man Das ist doch scheiße Oh Shit Ich muss irgendwie richtig geil laufen können So und ihn abballern Okay Wie wäre ich's am besten Ich laufe jetzt einfach nochmal hin Ich muss direkt den So jetzt muss ich erstmal die Kollektion wieder aufbauen Auffüllen lassen Weil es ja total behindert ist Dass er immer so schnell Dass er läuft drei Schritte Oh ne scheiß Drei Schritte Und er ist am Arsch Das kann nicht sein Ich muss mir irgendwie seine Rute einprägen Okay da hinten läuft er Nein Nein es sind zwei Es sind wieder zwei Scheiße What the fuck Nein Nein Oh Gott ey Boah Leute Was zur Hölle Okay einer ist down Gegen den anderen komme ich safe nicht mehr an Zugriff verweigert Ohne Ist der Luftschacht Nicht zugängig Kato-System aktivieren Wow Er war da Dockingstation Wo muss ich hin Muss ich da unten In diesen ganz kleinen In dieses kleine Fitzelchen Neben Also über der neuen Entlüftungssteuerung Entlüftungssteuerung ist die 6 Vielleicht muss ich da auch jetzt nochmal irgendwas machen Gelange zum Externen Andock Zugang Zum zweiten Schiff Durch den externen Andock Zugang Das ist doch Mit Sicherheit Okay Muss man nochmal eben gucken Was hier drin stand Ohne derzeitige Repertor Wo ist der Luftschacht nicht zugängig Repertorsystem aktivieren Okay Das machen wir in der nächsten Folge Dann muss ich dann wahrscheinlich zu Zur 6 Entlüftungssteuerung Und natürlich ist der Metzger hier Wenn es euch gefallen hat Darf da gerne einen Daumen nach oben da lassen Dann sehen wir uns In der nächsten Folge Dann sehen wir uns